Wir haben Einsatzstil Cäsar verloren, dank euch. Kannst du schon zocken, oder? Theoretisch könnte ich schon. Ich habe keinen Heinrich, mein Freund. Warum nicht? Klar. Bist du vielleicht in dem falschen Team? Also andere Seite, willst du? Oh, Nordi ist in der falschen Seite. Wie kann ich das wechseln? Geht gar nicht. Muss ich dich leider jetzt umbringen. Naja, dann kämpfen wir halt ab. Vielleicht kann man es ja nachher wechseln, wenn das Spiel neu startet. Dann können wir hin. Team ist voll. Überspringen. So, ich gehe da jetzt rein. Warte doch aber rein, theoretisch ob die Seite wechseln. Warum habe ich denn jetzt eine Gasmaske auf? Das ging auch eigentlich, ne? Das bin ich mir auch. Ja. Warte mal, die Seite weg. Naja, egal, machen wir später. Ich bin der Hauptseite weg. Ich bin der Hauptseite weg. Ich bin der Gasmaske. Das ist, wenn du im Gas spornst. Aber wie geht die weg? Weißt du das? Mit T, mit T. Ah, okay. Ich halte umfurt die ganze Zeit die Gasmaske auf. T wie Tars-Maske. T wie Theotors arschlose Gasmaske. Oh, ich bin schon wieder geladen. Also, wenn ich jetzt noch sterbe, Angrot, dann ist der Ofen ja richtig aus. Kann ich denn hier Luft anhalten? Gar nicht. Nee, echt nicht? Weiß ich nicht. Was? Da war doch gerade einer. Hat er sich in Luft aufgelöst? Der Stiefel. Ich hab erstmal ein paar Kills gemacht hier. Wie sich's gehört. Oh, Alter, wie ich das vermisst hab. Du schießt einen und kannst zugucken, wie die Kugel ins Ziel geht, Alter. Ich weiß bloß nicht, wohin's geht. Bin ich jetzt in der Falschheit? Oh, ich komm rein. Ich komm rein. Benji, bist du bei mir? Bist du bei den Türken? Lade, lade. Lade Bildschirm, ich seh's noch nicht. Nee, nicht zu den Türken. Die gewinnen gerade. Oder was sind das? Türken? Oder was? Das sind Türken. Ich bin Türk. Ich bin ein Türk. Ja, ich auch. Lass dich vom Türken erschießen. Die haben ja einen mörderischen Fernschuss versucht. Die Kugeln sind bestimmt nach zwei Metern gnadenlos im Sand versunken. Bei dem Pulletrop, keine Ahnung. Ich bin so auf eine MP, ne? Ja. Die haben ja eh nicht wirklich Damage. Nordhund, ich bin bei Nordhund. Gustav. Muss ich euch leider alle zwei erschießen. Nützt mich nicht. Tut mir leid, Leute, aber ihr habt's selber so gewollt. Teamwechsel, ihr Teamwechsel. Aber geht nicht. Nee, weil's voll ist. Teamwechsel nicht möglich. Wäre zu unausgefüßt. Wo tobt denn der Kampf jetzt? Sag mal, Alter. Irgendwann, was stimmt bei dem? Bei mich auch? Doch, wieso bist du doch im Panzer? Mich hat doch einer mit dem Panzer. Das gibt's doch gar nicht. Das Geile ist, ich hab noch nicht mal einen getroffen. Hier, Panate werfen. Ha! Ich hab schon zwei Kills, Junge. Ihr löschen. Wenn ich euch sehe, seid ihr geliefert. Ich bringe dich um. Wie heißt das? Du Rotte. Rotte? Oder heißt das Ratte? Oh, 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 oh. Ist doch hier ein Himmelfahrtskommando. Ja, absolut, Junge. WW1 war kein Zuckerschlecken. Vor allem, das Movement. Ihr rammelt so ein blöder Reiter von da rum. Ey, den kriegst du ja nicht tot, Alter. Das sag ich dir. Da musst du alles geben. Bombard, Schüttel. Dicker, Tänin. Da springt der Muni mal gut. Au! Ach, ihr arbeitet zusammen, was? Versorgt euch gegenseitig. Nee, nee, nee. Was? Er ist irgendwo da vorne. Er gibt irgendwie an einer Simmonie. Was? Der war noch nicht mal tot, oder was? Ich hab da drauf gehalten. Benji, ist da in einem Trupp beigetreten? Benji, bist du jetzt bei mir? Benji, du bist bei mir! Was? Das passiert wahrscheinlich automatisch, wenn einer rausgeht oder so. Ah, ja, na klar. Da komm, Nordi fertig machen. Er ist eh der Beste von uns. Er kann es vertragen. Er kann es mit uns beiden aufnehmen. Nordi sagt gar nichts mehr. Nordi hat die Schnauze gestrichen voll. Nordi, machst du nichts vor? Maximus, Junge, wir erleben eine Resaisons des Spiels. Wie ich's orakelt hab. Ich bin das Orakel. Was ist denn los mit denen, Mann? Oh, nein, Benji, unser Panzerzug kommt hier. Nein, Benji, unser Panzerzug, wir sind geliefert. Aber ich tummle mich hier am Schützengraben. Alles klar, Alter, ich werde hier einfach nur weggemetzelt, Junge. Ich dringe vor, bis in die feindliche Basis, Junge. Ich hab noch nicht einen einzigen Kill, Alter. Und dann schlachte ich hier alles ab. Und dann schlachte ich hier alles ab. Du leckst mich am Arsch, blöder. Kann man sich hier heilen? Na, irgendwie nicht. Nee. Brauchst du, Sunny. Sunny! Warten Sie. Wie kann man hier... ...hitten? Nein, da hat mir einer den Kill geklaut. Was willst du? Wie kann man hier was? Nee, ich wollte irgendwie mal einen scouten. Welche Taste das ist? Was ist ein Scouten? Hier, Feinde, würde ich sagen. Scouten. Ey, der Panzerzug fährt ohne mich los. Keine Ahnung. Ich kann mit dem Ganze gar nicht mitfahren, glaube ich. Ja. Ehrlich? Ja, boah. Ganz steuern. Ja, du bist ein beschissen Reiter. Ich bring dich um, du. Präck das Pferd. Du hast getötet. Geiliges Punkt dafür. Ach, da lag tatsächlich einer. Das sah aus wie tot. Ich bring dich um. Ich hab das Pferd, das bringt 100 Punkte. Geil. Ehrlich? Oh, du Tier. Das ist ja krass. Ich spawn nur bei dir, Benji. Wir müssen uns... Ey, wir haben hier A. Ne, lass uns zu A. Kill-Garantie. Wie das denn? Ah, warte. Ah, okay. Ich hab's kapiert. Oh, das ist er hier. Das ist er hier. Kann man doch nicht lang gehen? Da stoppen wir doch. Ja. Ich bringe jetzt als... Ich verdinge mich mal als Sniper jetzt hier. Ich will keinem Wachsoldat-Kit. Ich bin Sniper, Junge. Kannst selbst deinem Wachsoldat-Kit anziehen. Ich glaube, das ist zwar was Gutes. Keine Ahnung. Oh, hier ist das ein scheiß Pferd, Junge. Aber er ist blindfischig veranlagt. Er sieht mich nicht. Mach den Qualm weg. Da war einer. Den will ich niedermähen. Mann. Was weht denn? Ist er tot oder was ist das? Achso, hier oben bin ich aus der Map. Oh, 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 lass mich in Ruhe. Ich will doch nur in Ruhe snipen. Au, au. Ey, mit dem MG, Alter, auf diese Entfernung. Na klar, am Arsch hängt ein Hammer, Junge. Die mit ihren scheiß Panzern, Alter. Die gehen mir richtig auf den Sack, Alter. Level 150. Die sind gerne alles auf 50, Alter. Ich hab grad einer mit dem Mörser weggemacht. Mann, Mann, Mann. Aus dem Weg zur Seite, Junge. Und dann ist das da hinten einer. Da ist hinüber. Wie weit muss man denn hier vorhalten? Er hat sich geduckt. Boah, jetzt rennt mir einer vor die Kugel, Alter. Dieser Vollidiot. Ich muss einmal ganz kurz los. Ja, ich bin gleich da. Ja? Okay. Hier sich seiner Verantwortung entzieht. Oh, Mats ist gestorben. Ja. Ich hab's gesehen. Komm zu dir, Benji. Wir kontrollieren... Oh, 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 oh. Bist du unter Beschuss? Ich halte mein Haus zusammen. Oh, ich konnte nicht bohren, weil du unter Beschuss standest. Unter Beschiss. Schieß dich auf mich. Warte, ich suche mir mal eine bessere Pleibe hier. Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Emil wurde verloren. Was ist da ganz da hinten? Äh, wie das? Dass einer von hinten durchmarschiert? Einmal oder außenrum. Das Schöne bei Battle für die ganze Zeit auch immer ein bisschen fangen. Ja. Junge, weißt du, da zeigt man seinen Kopf und ich dann abdrücke und die Kugel da ist. Du kannst auch Kugel beim Fliegen zugucken. Da ist schon Hopfen und Malz verloren. 2D. Oh, da ist ein Panzer. Ja, schießt mein Haus in die Luft. Dieser sinnlose Panzer, Alter. Nicht Kugeln, das heißt Geschoss. Ah, okay. Ich muss mich eines Besseren, das heißt Geschoss. Ich komme zu dir, Benji. Nee, ich kann nicht mehr. Wahrscheinlich stehst du unter Beschuss. Aber du hast mir einen schönen Sporn verpasst. Oh, hier kommen sie alle an. Lad nach, schnell, schnell, schnell. Wir müssen uns die Punkte jetzt holen, ja. Ja. Ja, ich kann bloß nicht so nah ran, weil ich ein Sniper bin. Ich war von dem Zug beschossen. Ach du Kacke, da komm, du hast recht. Danke für die Info. Oh, da schießt du auch schon auf mich. Ein geiles Geschoss. Hallo. Wir haben Einsatzstil Emil erobert. Ich bin gerade in den Sand geschossen. Paul ist auch da. Paul? Oh, oh ja. Ich zieh ihn mal rein. Hallo. Der ist gemütet. Hm. Mann. Wackel doch noch nicht so rum mit deiner dummen Rübe. Platt gemacht denn, Assi. Sehr gut. Hast du schon Notti kalt gemacht irgendwo? Nee. Er stand ja neben mir einfach. Was war er? Ja, noch luster als ich. Gibt's doch gar nicht. Oh, ich hab mir vorhin auch gedacht, der eine, der da liegt, ist tot. Ist der blöde Zug noch am Start? Ja. Oh, scheiße. Engie, wo ist der Zug? Ich muss mal hier woanders hin. Wir haben gleich stehen. Wir haben gleich stehen. Okay. Jawohl. Guter Job. Wo müssen wir jetzt hin? Scheiß zu, ey. Was müssen wir jetzt erobern? Ah, wieder. Oh, ey. Wieso geht das hier immer so hin und her? Ein richtiger Killer. Danke, Maximus. Den hab ich auch no scope weggemetert. Was hier los ist, ey. Vorbei. Wo ist jetzt Sieg? Jawohl. Ja. Was, was, Stimmung? Ja, war klar, dass ihr gewinnt, ne? Soll ich sagen, das andere hast du nicht, oder? Weiß ich nicht. Ich müsste beides haben, oder? Ich kann mich dann das eine nicht ane und das andere auch nicht. Keine Ahnung, was passiert. Wird mir eigentlich was angeboten, was ich nicht hab? Eigentlich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, oder? Das ist ja du für Mütz. Ja. Gotti. Ja, ich bin da, ich bin da. Jetzt musst du direkt dann beitreten. Aber wahrscheinlich ist unser Team schon voll. Ach nee, das war ja erstmal hier. Warte mal, Punktestand. Wie sieht's denn aus? Danke dafür. Ach, das sind Premium-Inhalte. Die kann ich nicht spielen. Ja, sehr schön. Oh nee, oder? Nächste Runde starten, kannst du nicht? Nee. Also müssen wir halt auf Ben gehen, ja? Mhm. Ja, das ist natürlich voll von Arsch, Alter. Mhm. Und da war's. Ja, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ja, ich bin da. Bedeut. Ja, ich bin da.